Meine Lieben, hier ist euer Tragner. Herzlich willkommen zurück zu Going Medieval. Wir befinden uns im Start auf Hard. Naja, fast. Start ist es auch nicht mehr. Es ist schon die dritte Folge, aber wir spielen auf Hard. Wir haben unsere Burg hier auf einen kleinen Hügel hinaufgebaut, in dem es nur wenig Aufgänge gibt. Die haben wir alle mit Fallen versehen. Ich finde, die Fallen sind ja ein bisschen, schaut eher aus wie so kleine Laubablagefelder oder so ähnlich. Ja, hier befinden wir uns. Wir bauen gerade, was bauen wir denn eigentlich? Wir haben hier oben noch zugebaut. Wir haben den ersten Kampf hinter uns gebracht. Und, ah, wir wollten gerade, oder ich wollte gerade in den Keller bauen, glaube ich. Ja, genau. Wir starten mal ins Spiel. Oh, oh, oh. Bevor ich, ah, ich bin wieder super vorbereitet. Ich bin wieder super vorbereitet. Man merkt mir meinen professionellen Umgang mit YouTube und als erfahrener YouTuber an. Inzwischen kann ich auch nicht mehr sagen, dass ich ein Anfänger bin. Ähm, schließlich, äh, gibt's den Kanal jetzt ja schon rund anderthalb Jahre. Nicht ganz anderthalb Jahre, aber fast. So, wir starten ins Spiel. Ich leg mir hier ein Bildchen schnell, hab ich nebenbei schnell gemacht. Ähm, mal auf den anderen Monitor. Und wir reden heute ein bisschen. Und zwar, hab ich ja ein, äh, ähm, Pressekit bekommen quasi vom Entwickler, wie alle großen YouTuber. Das letzte Mal hab ich ja gesagt, ich wollte ganz schnell aufnehmen, äh, hab mich da überhaupt nicht irgendwie so groß drauf vorbereitet. Ich wollte einfach rein ins Spiel aufnehmen, Folgen produzieren. Ähm, bei mir verdauert ja bei so einer Folge die Verarbeitung auf YouTube selber nochmal sehr lange. Also ich schneid's ja hinterher alles selber und, und renders. Dann lädt man die ja auf YouTube hoch und dann rendert ja YouTube nochmal nach. Ich muss mich ein bisschen leiser machen hier. Meine Ohren zieht's gerade ein bisschen weg. So, dann rendert ja YouTube das Ganze nochmal hinterher. Und da ich ja alles auf 4K grundsätzlich mach, ist HD theoretisch nach ein paar Stunden fertig. Aber das 4K rendert ja immer, keine Ahnung, locker einen Tag oder sowas. Oft ist ja beim Release mein 4K noch nicht fertig gerendert von YouTube. Deswegen möchte ich da mal möglichst schnell anfangen und immer raushauen. Ja, das war doch der Hintergrund. Inzwischen hab ich mir die E-Mail noch etwas genauer angeschaut und hab eben, wie gesagt, auch den Zugang zum Pressekit gefunden. Daher stammt zum Beispiel jetzt auch teilweise mein Screenshot, oder mein Thumbnail. Und, was ganz interessant war, es hing eine Roadmap mit dran. Und über die Roadmap, über die würde ich gerne ein bisschen was erzählen. Also, erstmal das Wichtigste vorneweg. Ich sehe in der Roadmap keine Mod-Unterstützung wie bei RimWorld. Es steht zwar ganz am Schluss von der Roadmap dort, plus much more. Kann aber vieles sein. Kann auch nur eine Floske sein. Dass sie Sachen, die ihnen spontan noch einfällt, ebenfalls reinmachen. So, schluck Kaffee schnell. Bin jetzt hier grad Samstag vorm Livestream. Gerade bei mir 9 Uhr in der Früh. Ähm, ja. Ich werd sowieso nochmal eine E-Mail hinschreiben. Was sagt er denn hier? Wahrscheinlich kein Fleisch, oder? Ich werd sowieso nochmal eine E-Mail hinschreiben, weil sie haben auch drum gebeten. Man soll doch Links zum YouTube-Kanal und sowas schicken. Werde ich noch machen. Ähm. Da werde ich mal nachfragen, wie das mit der Mod-Unterstützung ausschaut. Also, das schon mal vorneweg. Es enttäuscht mich etwas, aber es heißt auch nicht, dass es vom Tisch ist. Allerdings, die Enttäuschung ist relativ gering, weil das, was sie angegeben haben, hört sich halt richtig, richtig gut an. Und es kommen noch ein paar Sachen, die passen auch, oder sollten auch wichtig sein. Und zwar, fangen wir mal an vom ersten Punkt. Die werden Schnee einfügen. Ja, okay. Ist dann für den Winter etwas schöner. Der Schnee, Rado hier, gräbt gerade schön in unseren Keller aus. Ist zwar dann für den Winter etwas schöner. Das passt. Ähm. Ja. Fertig. Dann sollen eingefügt werden Ruinen. Finde ich relativ spannend, weil ich finde, mit Ruinen kann man halt einiges machen. Was heißt hier zu Ruinen? Fügen sie hier einfach nur ein paar kaputte Gebäude ein, die man dann selber benutzt? Oder haben die Ruinen irgendeine Bedeutung? Da lässt die Fantasia einiges zu. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was genau damit gemeint ist. Dann, nächster Punkt. Ebenso. Natural Caves. Es werden Höhlen eingebaut. Finde ich persönlich sehr cool, weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel in dem Berg schon durchgezogenes Höhlen-System noch hätten, könnte man das gleich benutzen, wo ich auch auf die, auf die, auf das Gegenstück gekommen bin. Ich habe ja gesagt, das soll der Grundriss der Burg sein. Ich habe dann hinterher gedacht, naja, okay, ein paar Welle und sowas brauchen wir ja eigentlich schon, habe ich mir so für mich gedacht. Ähm, bin ich aufgekommen. Wieso? Eigentlich könnten wir natürlich auch, also Grundriss der Burg lassen, so als Kampf-Dings. Ja. Und den Rest bauen wir in den Untergrund rein. Hat sich für mich auch irgendwie cool angehört. Werden wir mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Erstmal sind wir ja eh am Graben, also von dem her. Nächster Punkt. Ähm, wir hätten Fire and Flemability. Flemability. Also Feuer und wie leicht etwas Feuer fängt. Lässt auch einiges zu. Also gut, Feuer gibt es ja in meinem Blitzschlag und sonstiges. Könnten aber auch zum Beispiel Gegner mit Feuerpfeilen kommen. Finde ich auch relativ interessant. Sound ist noch da, okay, ich höre nichts mehr, aber das ist immer, wenn die Musik da weg ist. Dann etwas, was ich mir sehr wünsche, weil ich ein Fan von sowas bin und zwar Organic Dirt Path. Äh, ich verstehe darunter, wenn die Leute immer die gleichen Wege laufen, dass da Wege entstehen. In dem Fall Dreckwege, aber es entstehen automatisch Wege. Finde ich ja bei dem ein oder anderen kleinen Strategiespielchen, wo man wirklich eine Stadt aufbaut und verschiedene Gebäude baut und man muss die Straßen nicht selbst bauen, sondern es entwickelt sich alles ein bisschen natürlich. Finde ich ja wahnsinnig interessant. Aber ist natürlich nur in erster Linie mal für die Kosmetik. Dann hätten wir Trading und Merchants. Ja, must have. Wundert mich ja, dass es das noch nicht gibt. Aber wir sind ja auch noch in der Early Access. Aber ist natürlich ein absolutes must have, ist klar. Also Händler und, äh, und Handel natürlich. Dann Caravans. Es wird Caravanen geben, was natürlich die Frage aufstellt, ja was meint man denn jetzt damit genau? Unser Zeug wechselt übrigens schön hier. Caravanen kommt wahrscheinlich, also ich vermute mal, hängt ein bisschen mit den nächsten Punkten zusammen, die ich gleich vorlesen werde. Man kann dann auf der Weltkarte wahrscheinlich ein bisschen rumreißen. Wo? Oh, nächster ist Chiefment. Grüner Daumen 3. Sehr schön. Wo haben wir denn die Weltkarte gehabt? Die Region. Wir können ja hier, haben wir jetzt noch überhaupt keine Interaktionsmöglichkeiten. Und ich schätze mal, mit dem wird das alles zusammenhängen. Weil, nächster Punkt. Einmal, Settlement Diplomacy und Settler Social Interactions. Also, Diplomatie der Siedlung und Siedler Social Interaktionen, äh, ich nehme mal an, dass wir hier mit diesen Siedlungen handeln können, Diplomatie betreiben können, Social Interactions, keine Ahnung, Hallo sagen, äh, vielleicht Bündnisse schließen, was weiß denn ich. Und dafür braucht man ja dann auch Karawane. Und noch ein System, wo jetzt meine, also ich springe jetzt gleich noch auf den nächsten Punkt, weil das alles gerade ein bisschen zusammenpasst. Ähm, es soll ein Vassalsystem kommen. Ich kann Vassallen erstellen. Finde ich unglaublich interessant. Ähm, lässt im Kopf wieder einiges an Spielraum zu, weil ich sage, ja, was heißt ein Vassalsystem? Heißt das jetzt halt, ich gehe in die Region und kann die hier, weil es Waldbanditen sind, ich kann die angreifen, betruppen, unterwerfen. Dann müssen die mir Rohstoffe schenken oder was? Aber vor allen Dingen, um den Angriff geht es mir. Hört sich, finde ich, wahnsinnig interessant an. Was ist mit Vassalsystem gemeint? Wie mache ich die anderen zum Vassal? Also ich verstehe ja wahrscheinlich Karawane bauen, alle Leute einpacken, inmarschieren, die erobern. Beziehungsweise nicht erobern, sondern halt Vassalisieren. Ähm, nur wieder beim Thema. Fände ich persönlich sehr, sehr geil. Aber keine Ahnung, ob ich das richtig verstehe. So, die Hälfte hätten wir von der Roadmap. Ähm, wir schauen uns mal ganz kurz hier ein bisschen um. Ein bisschen was fehlt noch, ein bisschen was fehlt noch. Kommen wir gerade relativ langsam voran. Ähm, ich bin jetzt am überlegen einmal, was wir zum Beispiel hier oben hinbauen wollen. Eigentlich habe ich mir überlegt, ob wir dort die Schlafplätze hinbauen. Bin jetzt am überlegen, ob wir die Schlafplätze, oder ob wir hier oben die große Halle hinbauen. Hier unten kommt Handwerk und sonst was rein. Eins drunter kommen die Schlafplätze und noch eins drunter kommen die Lager zum Beispiel. Es hört sich eigentlich gut an. Heißt, wir brauchen hier oben auf jeden Fall die große Halle. Und wir könnten mal anfangen, also auf jeden Fall mal, wir machen mal ein bisschen langsamer. Mit Mauern. Da werden wir dann allerdings diesmal auch ein bisschen, ein bisschen weiterbauen noch. So, und zwar hätte ich dann allerdings gerne auf jeden Fall Tür. Und hier hinten auch nochmal eine kleine Tür. Weil wir werden auf jeden Fall Hier bauen wir noch alles aus Holz. Später kommt irgendwann mal Stein dazu. Achtung. Entschuldigung, ich musste niesen. Ich habe keinen Knopf für, dass ich hier mal meinen Ton ausmachen kann. Ich weiß nicht, warum ich den in der Aufnahme nicht drinnen habe. Den habe ich nur bei Live-Films drinnen. Finde ich dumm. Früher Morgen, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen verschnupft hier. Ich weiß gar nicht, was los ist. Während der Woche habe ich mal einen Corona-Test gemacht. Einfach so. Alles okay. Aber jetzt gerade ein bisschen verschnupft. So. Weiter geht's. Später werden wir hier noch ein bisschen mit Stein hantieren. Also wir werden hier noch irgendwie die Steinmauer rumziehen. Ich weiß es nicht ganz. Aber das Gebäude selber bleibt mal aus Holz. Und wir werden auf jeden Fall hier ein Holzboot noch hinbauen. Und zwar sofort. Muss einfach sein. Überleg nur gerade. Wie kriegen wir... Okay, wir müssen es... Wir lassen es erstmal ein bisschen unfertig. Wir lassen es erstmal ein bisschen unfertig. Auf jeden Fall, wir werden den Holzboden einmal komplett außenrum ziehen. Ich habe jetzt nur folgendes Problem. Ich würde gerne... Ich würde wie gesagt gerne zum Beispiel kleine Sützpfähler jetzt hinbauen. Mein Problem ist gerade nur, wir können ja nur hier momentan Holzwände und Lehmwände bauen. Ich würde die gerne aus Stein bauen. Steinblöcke schneiden. Ja doch, dann fangen wir doch mal mit Kalkstein-Ziegel an. 20. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht schnell genug fertig sind. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es gerade ist. Klicken, dann auch Rado langsam mal forschen. Wir drehen wieder ein bisschen schneller. Dann würde ich nämlich zum Beispiel hier einfach Steinwände nach oben ziehen. Würde hier einen Balken dazwischen bauen. Wir können hier auch so einen kleinen Laufsteg noch hinbauen. So an Holzplatten. Ja, kleine Buur geben. So hätte ich mir das vorgestellt. Und jetzt probiere ich mal noch was aus. In der Hoffnung, dass nicht alles runterkracht. Oder machen wir das auch mit Stein. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne wegen Wärmedämmung und sowas. Das ist Lehm halt besser. Ja, hat auch, nee, hat weniger Trefferpunkte. Ich würde gerne hier die Wände ersetzen. Aber wenn ich das mache, habe ich Angst, dass die Wand drüber runterkracht. Oder wir machen das dann auch mit Stein. Ich glaube, wir machen das dann auch mit Stein. Das ist vielleicht besser. So, hier oben wird schön gebaut. Wir werden gleich nochmal ein paar Fenster übrigens einbauen. Das wollte ich eigentlich jetzt sofort machen. Habe ich jetzt vergessen, blöderweise. Kann ich jetzt, doch kann ich nachträglich einsetzen. Hier machen wir mal ein Doppelfenster. Hier machen wir mal ein Doppelfenster. Hier machen wir mal ein Doppelfenster. Die Hitler sind verärgert. Da sollen viele Fenster sein. Sogar ein Dreierfenster. Okay. Burg nimmt ein bisschen Form an. Kommt erstmal nach Boden draußen. Also der Holzboden jetzt hier draußen. Wie gesagt, werden wir dann alles nochmal ein bisschen überarbeiten. Weiß auch nicht, ob wir vielleicht später sogar alles aus Stein bauen. Ähm. Der Boden hier draußen, der soll jetzt erstmal dazu dienen, falls wir wieder angegriffen werden, dass unsere Leute hier draußen stehen und schießen können. Schließlich haben wir jetzt unser Dach zugemacht. So. Wir hätten noch ein bisschen, ein bisschen Roadmap, aber ich muss erst nochmal schnäuzen. Wir gehen jetzt mal auf die weitere Hälfte der Roadmap einkommen. Nämlich noch ein paar interessante Sachen. Ich schnäuze nochmal schnell. Da bin ich wieder. Fehlfunktion der Falle. Ah ja. Wie schaut's denn eigentlich mit dem Essen aus? Neun Eintöpfe, 18 Grillfleisch. Okay. Wir haben noch Zeug. Dann brauche ich jetzt gerade nicht jagen, weil der hier gerade rumläuft. Wobei auf der anderen Seite, der haut halt ab, wenn wir ihn jetzt anschießen. Aber wir sagen einfach mal jagen. Nur los hier. Also. Sommer. Okay. Gut. Sommer. Na gut. Also zweite Hälfte der Roadmap. Es wäre geplant. Wir waren stehen geblieben bei, äh, bei Diplomatie und Vassalsystem und sowas. Und da kommt noch ein, äh, der schießt hier schon von oben runter. Grifft zwar nicht. Aber sehr cool. Was ist das jetzt? Rado rennt jetzt hinterher. Schau, der schießt von hier oben bis da runter. Das ist ja schon sehr geil. Hatte ich schon mal getroffen, wenigstens. Ja, okay. Das war's gut. Hier hätten wir übrigens ein bisschen Lehm. Das erlauben wir mal. Und jetzt suchen wir noch ganz kurz. Andere Rohstoffe. Kalkstein. Weiß. Ja, hier alles weiß. Alles weiß. Alles Kalkstein. Hier auch Kalkstein. Ah, ja, ja. Okay. Und. Dann sagen wir einfach mal, wir wollen auch. Hier uns schon mal ein bisschen was abbauen. Haben wir denn jemanden zweiten eigentlich der Bergbau-Bit 3? 5, 5, 5, 4. Also eigentlich nur Rado. Machen bei live. Erstellen in erster Linie her. Sagen wir auch mal. Also ernten. So machen wir auch mal Bergbau mit rein. Ähm, okay. Also. Wir waren beim Vassalim-System so stehen geblieben. Und ich habe ja gesagt, eventuell greifen wir da die anderen an. Die Überlegung hat man auch deswegen wegen dem nächsten Punkt der Roadmap. Und zwar. Mounted Siege Weaponry. Also Siege sind auf jeden Fall Belagerungsmaschinen. Mounted sogar bemannte Belagerungsmaschinen. Auf dem Bild der Roadmap sieht man sogar so kleine Katapulte und sowas. Oder eher Trebuchets, glaube ich, heißen sie. Hört sich wahnsinnig interessant an. Also ich nehme mal an. Da kommt noch was. Ähm. Hängt nämlich alles miteinander zusammen. Jetzt habe ich gerade eben. Ich habe es mir selber noch gar nicht so genau durchgelesen. Nur überflogen. Jetzt kommen die nächsten Punkte. Und da wurde jetzt gerade eine Frage, die ich vorher gestellt habe, sogar schon beantwortet. Dann soll. Also jetzt noch nicht mit dem Punkt. Aber gleich. Dann hätten wir Shelfs and Weapon Racks. Wir kriegen Schränke. Schränke beziehungsweise, ähm, ja Waffenschränke einfach. Ähm. Ja gut. Wir haben jetzt schon ein extra Waffenlager. Kriegen wir halt noch Schränke dazu. Ist okay. Haut mich jetzt auch nicht um. Passt schon. Dann nächster Punkt. Moment, Moment. Ich mache mal schon ein bisschen Summon hier einstellen. Das auch. Okay. Hier unten haben wir es eh schon. Läuft nur gerade keiner hin. Ähm. Nächster Punkt. Damit meine ich mit Frage ist beantwortet. Raiding other settlements. Wir können andere Siedlungen überfallen. Also das finde ich schon. Lässt halt wirklich wieder mal viel Spielraum zu. Finde ich ja wirklich richtig geil. Muss ich sagen. Dann haben wir Map Factions. Klar. Auf der Map. Wir haben Factions. Ich meine haben wir im Ansatz jetzt schon. Die sind freundlich. Die hassen uns. Aber dann gibt es richtige Fraktionen. Dann was ich persönlich. Wo ich mich schon sehr drauf freue. Was ich persönlich auch als sehr wichtig erachte. Gerade wenn wir auch eine Burg haben. Es wird ein Prisoner System kommen. Wir können Gefangene machen. Wir können Kerkerzellen bauen und Gefangene machen. Finde ich ja unglaublich wichtig. Dann hätten wir. Die Frage ist. Können wir die Gefangenen dann auch wieder zum Überlaufen bewegen? Wenn man wieder vergleicht zu Rimworld. Ist ja für mich. Englisch wieder sehr wichtig. Fände ich schon sehr geil. Wenn es gehen würde. Ja. Dann haben wir den nächsten Punkt. Grand Objectives. Objectives. So glaube ich. Heißt es. Also große Ziele. Große. Nehmen wir mal Quests. Also ich nehme an, dass einfach so eine Art Quest System kombiniert. Dann haben wir Religious Influence. Deren religiösen Einfluss. Finde ich sehr spannend. Ich meine wir haben jetzt schon zwei verschiedene Religionen. Ich habe mich schon gefragt, ob das auch irgendwas, selbst unsere Leute hier haben verschiedene religiöse Ausrichtungen. Was das bedeutet, weil manche sind weiter religiös. Manche sind halt nicht so religiös. Wir haben keine Ahnung. Vor allen Dingen, wir haben ja zwei verschiedene Religionen. Ob die sich irgendwie gegenseitig. Oh, hier der zum Beispiel komplett links. Krass. Also ob das irgendeine wirkliche Funktion hat, wissen wir eigentlich gar nicht. Oh, der Hunger klopft an. Neuer Siedler. Als Loveta ankam, standen ihre Knochen hervor und ihre Haare fielen in Büscheln aus. Die Leute aus Formby starrten diese elende, hungernde Seele an. Verzweiflung stand Loveta ins Gesicht geschieben und sie flähte. Würdest du sie einlassen? Und sie flähte. Ich habe jetzt hier einen Sprachtext gewartet. Naja, natürlich lassen wir sie rein. Guck mal, sie kann kochen. Sie kann einen Umgang mit Tieren, der noch keinen Sinn hat. Wie ich inzwischen weiß, schneidern, Redekunst, Medizin. Und dann Intellekt, Botanik und Bergbau. Du wirst auf jeden Fall eingelassen. Wir drehen mal ganz kurz langsamer. Vor allen Dingen neuer Siedler ohne einen Angriff. Sehr gut, sehr gut. Wir kopieren erstmal hier ein Bettchen. Machen wir dabei mal hier so hin. Live darf das mal direkt bauen. Und wir werden uns direkt mal um Loveta kümmern. Weil jetzt kann ich bei Live den Bergbau tatsächlich wieder wegmachen. Ja, beim Live. Bei Loveta machen wir den nämlich mit rein. So, behandeln. Auf jeden Fall. Jetzt. Lich. Auf jeden Fall. Ich meine, du warst, glaube ich, jetzt der beste Arzt. Wir machen hier mal alle übrigens bei Behandeln eins. Dann jagen wirst du nicht. Kannst du denn kämpfen? Meisterschütze Nahkampf. Ja, okay. Du kriegst auf jeden Fall eine Waffe. Das ist klar. Holzbär schwach. Holzbär schwach. Loveta Kleidung hat sie an. Völlig schwach. Das, was wir machen, dann gleich mal noch die Verwaltung der Kleidung. So. Dann jagen wirst du gar nicht. Bauen wirst du nicht. Anpflanzen. Auf jeden Fall ernten. Bergbau. Botanik. Tochen. Wirst du auch. Anfertigen. Lassen wir mal auch auf der Treiberei da, weil, da müssen wir uns später auch mal Gedanken machen. Schmieden wirst du nicht. Zimmern wirst du. Zwischen haben wir hier so viele Leute, dass ich sowas hier wegmachen kann, was andere nicht können. Schneidern und Zimmern wirst du auf jeden Fall. Aber mach mal hier mal die drei. Du kümmerst dich erst hier vorne drum. Du sollst. Nein, komm, mach mal so. Forschen. Au. Was kannst du nicht? Die haben ja ganz schön viele Zweieraufgaben, aber das ist in Ordnung. Lassen wir es mal so. Wichtig ist, dass wir einen zweiten Bergbau haben. So, dann verwalten wir mal hier. Wir sagen, du bist alle Fernkampfwaffen, alle Fernkampfwaffen. Hier, nein, äh, alle Waffen. Alle Nahkampfwaffen. Das war alle. Er hat Ragnar. Mach mal alle Waffen dabei. Ähm, Rado, alle Fernkampfwaffen. Live. Alle Waffen. Alle Waffen. Mach mal mal so, weil ich einfach nicht weiß, so. Oder hier machen wir alle Nahkampfwaffen. Und hier machen wir alle Freikampfwaffen. Und bei Loveta sagen wir alle Waffen. Kannst du mich gar nicht. Ähm, Schilde besagen wir überall. Darf jeder haben. Ist mir egal. Kopfbedeckung. Alles, 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 alles. Alle Kleidung. Genau. Und alle. Dann rüsten die sich selber aus. So. Dann, wir waren bei Religious Influence. Religiösen Einfluss. Also bin ich mal ganz gespannt, was hier noch. Wir drehen wieder ein bisschen schneller. Was hier noch rauskommt. Dann haben wir als vorletzten Punkt Taming Wildlife. Brauche ich wohl nicht viel dazu sagen. Wir können Tiere tamen, züchten. Ähm. Ähm. Taming. Ähm. Bändigen. Ist Bändigen ein gutes Wort? Also wir können Tiere im Endeffekt fangen und halten. Sagen wir es mal so. Ich glaube Bändigen ist das richtige Wort. Ähm. Dass es unsere Tiere wären. Geht ja zum Beispiel bei Rimworld auch. Oh cool, da ist ein Schaf oder ein Wolf. Den zähmen wir uns jetzt. Und dann der letzte Punkt, der halt da drauf anspielt. Animal Husbandry. Also die Tierhaltung im Endeffekt. Ähm. Wahrscheinlich Ställe bauen und Sonstiges. Und ich finde, das ist. Also auch finde ich unglaublich wichtig. Ich meine, theoretisch Mittelalter auf Pferden reiten. Ich weiß gar nicht, ob es Pferde gibt. Bisher habe ich ja nur so Wolf, Hasen, äh, Hirsche gesehen. Ähm. Hört sich für mich wahnsinnig interessant an. Also man sieht, ich bin von der, von der Roadmap tatsächlich ziemlich, ziemlich, ziemlich begeistert. Ähm. Bin mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wie gesagt, war jetzt die ganze Road, äh, die ganze Roadmap. Ja, okay. Lager ist schon. Mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf, sechs, sieben, achtzehn, neun, zehn. Machen wir mal, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, drei. Äh. Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Okay, passt, passt, passt. Dann fangen wir mal hier an. Da ziehen wir den ersten Balken durch. So, das war jetzt die gesamte Roadmap. So, jetzt geht mir hier gerade ein bisschen, oh, ein bisschen viel Essen drauf. Leute, Leute, wir müssen, äh, ja, wir müssen hier ganz dringend unserem Essen kümmern. Es ist Abfall, verdorbenes Fleisch, ja, muss rausgebracht werden. Muss rausgebracht werden. Ähm, wir müssen uns um Essen kümmern. Jetzt aber ganz, ganz dringend hier. Maximaler Ertrag. Okay, den Tag warten wir noch ab hier. Liegt mir hier rum. Elf Kräuterhaufen, okay. Okay, wir haben noch ein bisschen Essen. Ja, also, das war die Roadmap. Ähm, ich finde, die Roadmap liest sich, äh, richtig, richtig gut. Wir haben einiges vor, was wir an dem Spiel noch machen möchten. Ähm, oh, wir haben kein Holz mehr. Ähm, lässt auf einige spannende Sachen hoffen. Ich hoffe, dass die Entwickler sich Mühe geben. Wobei, wer das Spiel bisher schon sieht, also, es ist ja jetzt schon ein schönes Spielchen. Es ist natürlich eine Early Access. Es ist klar, dass hier noch ein bisschen was fehlt. Aber das macht ihr auch nicht. Dafür ist es ja eine Early Access. Ich finde, ich persönlich, ähm, weise, man hat ja schon mehrere Early Access-Spieler auf unserem Kanal gesehen. Oder auf meinem Kanal gesehen. Ähm, ich bin Fan von Early Access. Da ist mir echt das komplette Essen verrottet, oder was? Da haben wir gar nichts mehr. Okay. Ja, hier noch ein bisschen was Frisches. Ein bisschen was Frisches. Ähm, Tätigkeiten. Wir brauchen auf jeden Fall einen, der transportiert. Okay, live ernten ist gerade ein bisschen wichtiger. Aber wir brauchen noch einen zweiten. Ähm. Ich bin überlegen, mach mal Rado, Drackner. Drackner, was machst du denn du? In erster Linie kochen, ja. Geht doch, machen wir mal Drackner. Drackner ist gut zum Schleppen. Erst kochen, erst bauen, dann leppen. Finde ich ganz gut. Macht das, schafft Ressourcen. Ja, live, okay, live hängen dann aufräumen. Also ich finde, die Roadmap ist tatsächlich richtig gut, richtig gut. Ich freue mich schon auf die Updates, die kommen werden. Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe mich in das Spiel schon ein bisschen verliebt. Ähm. Wir werden das definitiv auf dem Kanal öfter sehen und weiter verfolgen. Es wird auch nicht das einzige Let's Play bleiben. Ich fange jetzt dann auch an, wie gesagt, ein bisschen mit Livestream hier und so. Also von dem her. Ich finde, die Roadmap lässt zu hoffen übrig, dass es einfach geiler wird. Noch geiler. Bisher fehlen ja ein bisschen die Funktionen. Aber Aussicht, finde ich, ist relativ gut. Und inzwischen sind wir auch bei 31 Minuten, deswegen Roadmap haben wir durch. Würde ich sagen, ruhige Folge. Wir beenden jetzt hier auch die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vor allen Dingen heute Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Servus.